Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video Parkasaurus. Ich freue mich, dass du da bist, dass ihr da seid. Und wir machen heute noch ein wenig mit unserem Park weiter. Mein Ziel ist ja auf jeden Fall, hier so alles mal grob in einen schönen Park zu verwandeln. Wir machen ja schon relativ große Fortschritte und wir sind auch schon relativ weit vorangeschritten. So viel fehlt uns gar nicht mehr. Ich möchte zumindest, dass wir alle Dinos hier auf dem Gelände verzeichnen können. Und wenn wir das tatsächlich können, wäre ich auch bereit, erst mal aufzuhören. Aber noch sind ein paar Dinos vor uns, die noch fehlen. Unter anderem ein paar Raptoren sogar. Und ich glaube, das könnte für euch genauso interessant werden wie für mich. Ich suche gerade den Shop. So, genau. Wir müssen nämlich mal gucken, was uns hier noch fehlt. Uns fehlt nämlich hier noch der Mamanto. So, also der fehlt uns noch. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Den haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Den haben wir auch, bin ich der Meinung. Den haben wir. Der fehlt uns auch noch. Den haben wir. Der Animantrax fehlt uns auch noch. Animantarax fehlt uns auch noch. Dann der Albertosaurus, den haben wir bereits. Der Ortinomimus fehlt uns noch. Und noch ein letzter. Ich gucke gerade. Der Minmi. Den Minmi haben wir auch. Ne, tatsächlich. Sonst haben wir alle. Okay. Das heißt, uns fehlen noch drei, vier Dinos, die wir hier auf jeden Fall mit unterbringen wollen. Das werden wir dann auch nochmal machen. Aber dazu brauchen wir erstmal hier die Forschung noch ein bisschen weiter. Das wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Aber wenn wir dann hier alles frei haben, dann schauen wir mal, ob wir nicht das Spiel wechseln. Okay. So, was ist denn heute hier los? Wir müssen eigentlich nur warten und Forschung. Oh Gott, seht an, wie viel Geld die hier haben. Ui, 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 haben die hier viel Geld. So, gucken wir nochmal, dass wir hier noch eine Spendenbox vielleicht aufstellen. Moment. Da hinten. Könnten wir doch hier noch eine Spendenbox zum Beispiel aufstellen, dort. Vielleicht will der eine oder andere sein Geld daher noch abgeben. Oh, tatsächlich. Da wollen sie alle hier Geld noch abgeben. Okay. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig Spendenboxen. Das bedeutet, da passt nicht genug rein. Kommt da noch eine Spendenbox hin. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier normale Toilettenhäuschen. Ne, das ist es nicht. Irgendwo anders. Ich habe das noch gesehen. Ähm... Nö, keine Ahnung. Tiki Bar. Eine Tiki Bar. Okay, das ist natürlich auch cool. So. Guck mal, hier könnten wir noch so eine Tiki Bar hinstellen. Das finde ich cool. Doch, unser Essensbereich macht sich schon echt gut. Ich bin echt zufrieden, wie es bis jetzt aussieht. Bis jetzt. So. Okay. Okay, so. Gut, ich glaube, jetzt haben wir genug Spendenboxen. Ich glaube, die füllen sich einfach in der Zeit auf und dann sind sie voll und dann passt da nichts mehr rein. Das kann natürlich gut sein. So, dann lassen wir uns mal hier noch eine Spendenbox aufstellen. Vielleicht spendet der ein oder andere ja noch. Okay. Dann beenden wir mal den Tag. Sehr gut. So, wir sind immer noch in zwei Sterne Park. Das ist natürlich nicht so herzerwärmend. So 30. Okay, ein Gegenstand von 30. Guckt mal, dann schalten wir jetzt hier die ganzen letzten Sachen frei. Uns fehlen noch vier Stück. Das ist schon mal gut zu wissen. Und hier fehlen uns noch ein paar mehr. So, ungesundes Essen. Wir werden wohl als nächstes hier das erforschen. Ich würde 2100 oder vielleicht. Wir könnten auch das hier noch. Wir gucken mal. Wir werden einfach mal unseren Park noch ein wenig ausbauen. Ein bisschen vergrößern. Und schauen dann einfach mal, was hier noch so möglich ist. So, wir werden natürlich hier mal weiter ausgraben. Denn es fehlen uns ja, wie gesagt, noch ein paar Dinos. Und wenn wir die dann kaufen wollen, dann brauchen wir auch mal genug Equipment. Und dann nenne ich es mal. Ja. So, okay. Hier. Dort. Dort. Und hier. So. Und jetzt muss ich mit dem Rest hier per Hand ausgraben. Zack. Dort. 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 Und hier. So, dann haben wir das schon mal alles. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir nach Hause. Starten wir einfach nochmal. Okay. So, wir brauchen noch ein... Ach nee, wir brauchen kein Gehege mehr. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen noch ein Gehege. Aber brauchen wir gar nicht. Das ist ja schön. Das Gehege hier könnten wir noch ein bisschen ausbauen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen klein. Und unsere Wüste. Und unsere Wüste ist in Ordnung. Unsere persönliche Wüste. Langsam nehmen die Gehege hier auch richtig Form an. Langsam sieht das richtig schön aus hier. Ich bin richtig zufrieden, was wir hier aufbauen konnten bis jetzt. Und ja, das ist schon richtig schön. Okay. Ihr dürft auch nach hier hinten. Also, ich wollte gerade sagen, was ist das? Aber das ist nur das. Es blendet. Okay. So, wir brauchen hier überall noch ein paar Laternen. Das habe ich schon gesehen. Moment. Dekoration ist es nicht. Wir brauchen Beleuchtung. Sehr gut. So, die platzieren wir mal dort. Und, ähm, wo noch? An den ganzen Ecken. Dann machen wir das mal hier. Ich, äh. Oh Gott. Ähm, hier. Ach nee, das ist ja... Brrr. Okay, nochmal. Sehr gut. Okay, das passt doch da ganz gut hin. Lasst uns nochmal weitergucken. Dann werden wir, glaube ich, hier hinten nochmal eine platzieren. Wie viele Blöcke sind denn das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und dann zwölf. Okay, dann, äh, müssen wir das, glaube ich, da platzieren. So. Okay. Okay, und jetzt, äh, geht das von hier noch dort. Äh? Na komm. Na komm, bitte. So. Und jetzt machen wir das noch von dort nach dort. Okay, jetzt habe ich das schon mal erledigt. So, und jetzt könnten wir hier drüben noch jeweils zwei Lampen. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn wir das so machen. Wenn hier einfach so ein bisschen Feintuning, Feintuning, so ein bisschen, ja, ja doch, irgendwie Feintuning machen. Ähm, ich glaube, wenn wir das... Dort ist gut. Dort ist gut. Dort ist sehr gut. So, ähm. Oh Gott. So. Zack. Ich würde sagen, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Jetzt haben wir hier unser Laternenparadies eröffnet. Das könnte doch, glaube ich, ganz schön aussehen. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht bei Nacht. Lass uns mal da ein bisschen vorspuren. Ich bin gespannt. Und dann lasst uns mal das Gehege hier hinten, glaube ich, noch ein bisschen erweitern. Und ich glaube, das hier ist auch noch ein bisschen klein. Das ist auf jeden Fall ein bisschen klein. Okay, Raptoren. Und der... Uh, der ist hier schon ein bisschen auf Beef ausgelegt. Ich sehe das schon. Okay, Moment. Wir müssen noch ein Stück beschleunigen. Und müssen mal warten. Dass es hier ein wenig dunkel wird. Keine Nahrung mehr. Was ist los? Okay. Keine Nahrung mehr. Dann müssen wir nochmal... Wir bestellen schon so viel Nahrung mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr, was man dagegen noch machen soll. Das ist wirklich schlimm. Aber wir machen ja... Wir machen so viel plus. So, okay. Und dann auch zur Forschung. Forschung gibt es hier 1000 Toiletten und Avocado. Weil... Okay. 100% erhöhtes Orangenbedürfnis. Alles klar. Gut, warum nicht? Informationsschild D. Bietet dein Parkbesuch an Informationen. Raumschiff erforschen. Dein Wissenschaftler generiert hier Wissenschaftspunkte. Oh, das ist cool. Dann müssen wir das auf jeden Fall nochmal erforschen. Gut, dann warten wir nochmal. Guck mal. Okay, guckt mal. Ja, das sieht doch jetzt um einiges gemütlicher aus. Oder? Mit diesen ganzen... Oh, halt. Mit diesen ganzen Lichterketten. Doch, das ist schön. Das mag ich. So, wir könnten jetzt ja hier noch ein bisschen erweitern. So, hier und dort. Oh Gott. Wir könnten auch den Zaun dort festbinden. Aber... Den Zaun sage ich schon die Lichter. Aber das sieht, glaube ich, ein bisschen komisch aus. Von hier nach dort. Und dann von dort nach dort. So, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Jetzt haben wir das hier nochmal so ein bisschen erweitert. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee. Und jetzt könnte man das noch nach da ziehen. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Wir haben heute irgendwie Lichterspiele. Ich merke das schon. Tag Ben. Oh, drei Sterne. Wir haben es geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Drei Sterne. Das Essen war super. Ich war zufrieden mit der Sauberkeit. Ich komme wirklich nur, um Dinosaurier zu sehen wie Lulu. Okay. So. Ich glaube, das liegt tatsächlich am Licht. Weil das ja Dekoration ist. Und das gibt ja Pluspunkte. Dekoration. Und ich glaube, das wirkt sich ganz positiv aus. So. Okay. Es geht natürlich weiter. Wir müssen natürlich noch ein paar mehr Pflanzen bauen. Zack. Zack. Und dann können wir hier jemals noch eine Pflanze nehmen. Ja. Und. Ich gucke gerade. Irgendwo hier gibt es doch noch so einen Spendentopf. So. Okay. Das haben wir auch. Dann sind diese Besichtigungsecken nämlich schön. Also das sind sie. Oh Gott. Ne. Das sind sie auch schon vorher. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Und dann. Oh Gott. Müssen wir jetzt gucken, dass das passt. So. So. Und. Zack. Und. Zack. So. Sehr gut. Und jetzt noch ein Fußweg neu. Okay. Sehr gut. Gut. Was ist los. Eine Wüste, in der es schneit. Okay. Yay. Schnee in der Wüste. Schnee um Mitte Juli. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber gut. Damit lässt sich ja leben. So. Sind hier alle zufrieden. Jetzt müssen wir mal die Gehege alle durchgehen, ob alles gut ist. Ich glaube. Guck mal. Hier will einer im Wald leben. Ich weiß. Ich glaube hier. Du. Oder? Info. Ja. Du willst im Wald leben. Ich glaube. Wir haben hier aber gar keine Waldbiome. Oh. Hoppla. Kyle ist echt. Kyle. 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 Kyle ist echt tot. Okay. Oder. Oder. Gefressen. Unser Einhorn. Ah. Das ist schon schön. Schöne. Okay. Unser öffentlicher Platz wird auch immer besser. Also ich bin echt mittlerweile zufrieden. Wir dekorieren einfach ein bisschen mehr und dann ist das auch schon gar nicht so schlecht. Genau. Den haben wir den Ring. Schild B. Schild B haben wir hier glaube ich noch nirgends stehen. Schild B. Schild B. Jetzt haben wir hier auch Schild B stehen. So. Okay. Steinbogen. Passt ja? Topf Pflanzen. Schild B. Schild Bogen. Schild Bogen. Schild Bogen. Ich glaube ich ganz gut. Das finde ich sehr gut. So. Ich glaube es gibt extra Wissenschaftspunkte wenn die hier dran stehen. Kann das sein? Ich glaube das kann sein. So, okay, jetzt muss ich gerade gucken. Irgendwas wollte ich hier machen. So, ich glaube, das ändern wir mal um. Von, von totes Tier, von Schüssel zu totes Tier, das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und wir müssen mal gucken, was wir hier für Raptoren drin haben, denn ich würde hier gerne noch ein paar mehr davon platzieren. Ovi-Raptor. Haben wir hier noch was drin? Ich glaube, hier ist nur ein Ovi-Raptor drin. Okay, dann werden wir uns mal darum kümmern, die Ovi-Raptoren-Spezies zu vermehren. Okay, so. Okay, zack, zack und zack und zack. So, okay, noch alles per Hand. Jetzt hier nochmal ausstanzen, stanz, 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 stanz. Und zack, zack und zack und zack. Sehr gut. Okay, dann fahren wir mal nach Hause und dann müssen wir noch Theropoden nochmal suchen gehen. So, ich hätte nämlich gerne noch ein Ovi-Raptor. Oh Gott, guckt mal, wie viele hier. Haben wir schon Gastoria? Ich glaube, den haben wir noch. Doch, Sand und Gras, den müssen wir schon haben. Kilo haben wir Minmi. Ich weiß gar nicht, welchen wir schon haben. Da müssten wir nochmal nachgucken. Also, ich bin mir zumindest nicht sicher. So, Ordney-Omius. Den haben wir noch nicht, das ist sicher. Ja. Alle Ankylosatheropoden. Sehr gut. Ach, guckt mal, wir haben keine Fußabdrücke mehr. Ah, okay. Dann gucken wir nochmal unter Ceratops. Die drei haben wir. Oder haben wir den Ach-Lanto. Ach-Lanto. Ich glaube, den Ach-Lanto. Ne, Savanne, den haben wir noch nicht. Okay. Ach-Lanto, den Ach-Lanto brauchen wir dann als nächstes. Okay, das ist auch noch gut zu sehen. Okay, aber damit würde ich erstmal Schluss machen für heute. Morgen haben wir dann auf jeden Fall einiges an Dino-Ozeen vor uns. Moment, ich werde jetzt den Tag nochmal beenden. Wir beenden den Tag noch und dann gehe ich erst an Privatsphäre überwältigt. Oh nein. Sola, wo bist du? Sola. Ach, Sola ist hier drüben, ne? Ja. Okay, aber damit würde ich mich dann wirklich verabschieden. Genießt die schöne Beleuchtung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. oder auch einen Kommentar. Also, tschüss!